Astrid ist auf jeden Fall die coolste Wikinger-Braut im ganzen Dorf. Hiccup steht auf jeden Fall auf Astrid. Sie steht auch auf ihn, die sind jetzt auch ein paar, sind ein bisschen älter geworden und erforschen zusammen so ein bisschen die Gegend. Und sie weiß auf jeden Fall, was sie will, sie ist ziemlich tough.